Hey Leute und willkommen zu einer Runde Minecraft Badrolls mit mir, dem Torben. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wir hier starten. Das Ganze hat einen ganz einfachen Grund, denn das gute gombahd.net-Team war so freundlich, zwei Leuten von uns für einen Monat lang Premium zu sponsern. Das haben die ganz zufällig gemacht und der gute Torben hat den Premium-Rang bekommen, was für mich natürlich auch sehr praktisch ist, weil ich jeden Tag ein Video bringe. Und deswegen können wir uns jetzt immer aussuchen, welche Mäbchen wir spielen. Und ja, da gehen wir jetzt doch erstmal direkt irgendwo rein. Was wollen wir denn spielen? Bergwerk, Wonderland. Hm, ja, gute Frage, ne? Alter, das ist jetzt gerade... Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist die erste Runde, die ich jetzt... Upsala, bin ich dumm. Die ich jetzt damit machen will. Tuk Tuk Island. Ach komm, ich gehe in Wonderland. Ach, das ist cool. Das gefällt mir. So, auf keinen Fall in Team Grün, bitte. Das gefällt mir, Leute. So macht es Spaß. Ich kann jetzt auch nicht mehr gekickt werden, Orang, die da haben wir. Ey, das ist richtig cool. Ja. Und weil die verleihen den Premium-Rang erst ab 5000 Abonnenten. All diesen Premium-Plus-Rang, YouTuber-Mini-Rang, wie auch immer. Aber da sie mega cool sind und uns trotzdem ein bisschen weiterhelfen wollen, weil wir jeden Tag ein Video von deren Server bringen und so und das auch weiterhin machen wollen. Haben die gedacht, wir geben denen jetzt trotzdem mal den Premium-Rang. Was eine ziemlich coole Sache ist. Und ja, leider nur für zwei. Aber was soll das machen? Das macht ja nichts. Hauptsache, wir können jetzt locker täglich Videos bringen, weil wir nicht mehr aus irgendwelchen Runden gekickt werden. Er braucht aber auch ein bisschen lange. Danke. So. Dann übernehme ich einmal kurz. Also Leute, jetzt könnt ihr euch bitte auch mal aussuchen, welche Map ihr spielen wollt. Ja, weil wir haben jetzt ja alle Möglichkeiten offen. Also schreibt doch mal Maps, die ihr sehen wollt, in die Kommentare. Oh man, das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Premium-Range. Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr über die Premiums aufregen, weil mich gar keiner mehr kickt kann. Von den Kleinen. So, ich bin jetzt in der Mitte. Ach, in der Mitte, was labere ich? Oh, hinter mir wird sich geborrgst. Natürlich ein bisschen uncool. Aber unser Team-Mate hat den. Kommt aber direkt der Nächste. Das heißt, erstmal wird sich ein Schwert gegönnt. Okay, dann kann ich mir doch noch vielleicht den Bogen gönnen. Zeig, ich habe mir auch den Zweitbesten holen können wieder. Dann wäre Tobi wieder stolz auf mich. Ja, gar kein Ding. Papi ist dich. Und von unserem Eisen ja weg, ey. Oh, er leckt bei mir ein bisschen durch die Gegend gerade. Okay. Auf jeden Fall eine mega coole Sache vom GOMMAD. Und deswegen werde ich jetzt gleich auch erstmal die Premium-Lobby auschecken. Und mal gucken, was wir da machen können. Vielleicht können wir auch ein paar coolere Sachen da machen. Zum Beispiel mal mit irgendwelchen YouTubern eine Runde spielen. Also nicht über einen TS, aber zum Beispiel mit denen halt mal in einer Runde sein. Und dann mal gucken, ob wir da was erreichen können. Vielleicht bietet sich dann ja auch mal die Möglichkeit, irgendwie mit YouTubern halt Badwoss zu spielen. Die wissen zwar nicht, dass wir da sind halt. Aber wenn wir wissen, dass die da sind, reicht das ja zum Beispiel. Gegen irgendwelche Badwoss-Pros hätte ich schon ziemlich Bock drauf. Wird sich sehen lassen, was man da erreichen kann. Entschuldigung. Auf jeden Fall, vorher hatte man ja nie diese Chance, in die Premium-Lobby zu gehen. Wo halt auch die ganzen großen YouTuber drin sind. Und die Chance habe ich jetzt. Haben zwei von uns. Ich und noch irgendeiner. Ich bin mega gespannt, wer der andere ist. Ja, da lasse ich mich einfach mal überraschen. Das Team Gelb. Ach, die hätte ich abschießen können tatsächlich. Weil die haben kein Bett mehr. Das wäre ein Kill für mich gewesen. Ich inkomite ein Stück. Aber ich bin gerade auch ein bisschen scheiße im Bogenschießen. Ah, danke. Ich wollte es schon sagen. Ich war ein bisschen scheiße im Bogenschießen. So, in dem Moment. So, der Ding. Wenn ich den tüte, ist der auch raus. Danke. Grün ist da. Das heißt, wir müssen nur noch blau bekämpfen. Blau ist alleine. Okay, das ist eine Runde, die wir gewonnen haben. Mal gucken, wie lange die sich noch zieht. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt die Möglichkeit immer wieder. Wir können ja jetzt alles machen, Leute. Wir können Quick Survival Games spielen. Wir haben die Chance, jetzt jeden Spielmodi auf dem Gomboserver zu spielen. Also, wenn ihr mal sehen wollt. Wenn ihr auch mal exklusive Premium Spielmodi sehen wollt. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Aber das ist ja uns jetzt auch möglich. Dann könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen. Bitte nicht wegspan. Blau kommt, sehe ich da gerade. Aber ich bin gerade nicht da. Ich kann gerade nicht richtig helfen. Okay, das war es mit Gelb. Ich hoffe, Blau ist jetzt noch nicht da. Ah, warte. Nee, er wurde getötet. Alles gut. Alles klar, das ist sehr gut. Ich hoffe, man hört meinen Bruder gerade im Hintergrund nicht. Das verstehe ich nicht. Ach, das hoffe ich. So, den können wir jetzt erstmal ein paar Leben durch Bögensschüsse abziehen, hoffentlich. Und dann eine Attacke. Gekonnt, gekonnt, Torben. Muss man sagen. Nein, okay. Ich hatte ja auch den dicken Vorteil, dank dem Bogen. Ja, Blau kann man jetzt eigentlich auch so mal eben rüber gehen. Also, wenn ihr dann auch mal solche Spielmodus haben wollt, die nur Premium spielen können, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir können das gerne alles ausprobieren. Jetzt, wo wir die Möglichkeit dazu haben. So, er hat nichts bemerkt davon. Wahrscheinlich hat er aber gehört, dass wir Bronze eingesammelt haben. Ach komm, ich lasse ihm noch ein bisschen Zeit. Hörst du wohl auf? Guck mal, er rennt jetzt weg. Ey, nicht wegrennen. Bleib hier. Bitte, stay here. Kollege, bleib hier. Du bleibst hier. Ey, ich will doch den Kill an dir haben. Jetzt mach doch nicht sowas, ey. Ne, aber jetzt holt der das sonst das Bett. Dann muss ich das. Das Bett will ich ja schon haben. Ähm, ich wollte mir halt nur ein bisschen Zeit lassen eigentlich. Ich wollte ein bisschen mit dem Blauen spielen. Äh, der lebt. Hat er mich ausgetrickst? Ne, da ist er. Oh, oh. Aber ein bisschen tricky jetzt hier, den zu killen. Hat mich viel... Viel PvP-Skill erfordert. So, wir haben immer noch nicht die beste Chestblade, aber ich glaube... Ähm, Entschuldigung. Ähm, aber ich glaube, auf die können wir jetzt auch scheißen. So, da hinten ist er jetzt zu grün, ne? Vectroom PvP. Ich würde sagen, wir geben... Wir lassen den jetzt ein bisschen kommen. Aber nicht zu weit. Oder wir spielen auch ein bisschen mit dem. Hm, hat der einen Bogen? Oder können wir ein bisschen mit ihm spielen? Hm? Was ist bei dir drin? Ah, anscheinend... Anscheinend ist spielen bei ihm drin. Alles klar. Dann spielen wir mit ihm. So. Schießen wir mal ein paar Pfeile von oben. Ich würde mir gerne TNT holen und seine Bude in die Luft jagen. Hm. Was können wir denn mit ihm machen? Ihr merkt, ich bin gerade gut gelaunt wegen dem Premium-Shit. Das freut mich. Das bräuchten wir für immer und ewig. So. Ich möchte mir gerne schon... ...dieses TNT holen. Das wäre echt ein Vergnügen. Peace, 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 komm. Peace, peace, peace. Ich möchte mir TNT holen. Bitte, Kollege, lass mich doch. Jetzt renn doch weg! Okay, jetzt baue ich mir einen Weg nach unten. Versuche ich. Okay, jetzt lenkt er ihn ab. Dann versuche ich jetzt TNT zu kaufen. Und ein Feuerzeug. Ich muss hören. Nein, er kommt, er kommt, er kommt. Ey, das ist unfair. Ne, jetzt muss ich ihn ja besiegen. Oh. Afrikant. Och man, der hat mich nicht zu Ende spielen lassen, ey. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich absolut nicht richtig. Mann. Das finde ich echt nicht in Ordnung. Ich wollte doch ein bisschen mit ihm spielen. Oh, oh. Jetzt kommt er, glaube ich. Ich glaube, der will jetzt Stress. Ne, er kommt nicht. Er zieht sich wieder zurück. Das ist ein bisschen dämlich gewesen. Achso, er hat keinen Bogen, ne? Ich gönne mir dann mal das Gold hier. Okay, wie er will. Dann spielt er halt nicht mit mir. Obwohl, ich kann ja doch nochmal mit ihm spielen. Ich habe jetzt 24 Gold. Hm. Hm. Ich denke, ich werde jetzt nochmal mit ihm spielen. Weil ich will die Runde natürlich auch ein bisschen in die Länge ziehen. Ich will nicht, dass sie direkt wieder vorbei ist. Und deswegen habe ich sie jetzt schon mal auf 10 Minuten gezogen. Hätte ich noch ganz altmodisch mit dem Bogen wegspämmen können oder irgendwie sowas machen. Habe ich nicht. War schön von mir, oder? So, ähm, ne, den besten Bogen will ich mir nicht holen. Damit ich noch Gold zum Spielen übrig habe. Denn ich will mir jetzt 1, 2, 3 TNT kaufen. Und das gute alte Feuerzeug. So, das machen wir jetzt schon mal eher. Und dann natürlich noch was zu Phrasen. Oh, das Eisen brauchte ich hier eigentlich noch für die Chestplate. Egal, dann hole ich mir jetzt halt so ein wenig Chestplate hier. So, dann noch ein bisschen Bronze für die restliche Rüstung. Falls er wieder sich cool fühlt und angreifen muss. So, so, so. Okay, das haben wir. Blöcke habe ich auch. Hole ich mir noch mal ein bisschen mehr jetzt hier von dem. Ja, gut. Man kann sich auch mal was gönnen, ne? Hallo. Danke. So. Okay. Er ist auch noch mal draufgegangen. Das heißt, wir können jetzt mit ihm spielen. Er schreibt Lack. Ich muss jetzt husten. Aufhin jetzt los, Jungs. Lasst euch doch mal ein bisschen Zeit. Ihr könnt doch alles mal langsam angehen, ey. So. Ich will mit ihm spielen. Der hat wieder umgedreht. Genauso wie ich das geplant habe, wenn ich auf ihn schieße. So, jetzt wird nämlich mit ihm gespielt. Der verbunkert sich jetzt wieder da in seiner Base. Was ich absolut verstehe. So. Ach, guck mal. Jetzt stellt er sich da oben drauf. Weil er denkt, er ist ein kluger Wursche. Aber. Guck mal, er will hier hoch. Was soll das denn? Finde ich absolut nicht richtig. Stay mal kurz bitte da unten. So. Und jetzt müssen wir ihn mal beobachten. Was tut er? Perfekt. Er bunkert sich da ein. Genau. Oh. Oh. Okay. Ja, guck weg. Sehr gut. Genau so war das geplant. Ja, verbunkert dich. Komm. Entzünde dich doch an. Entzünde dich. Hallo. Tee in Schwul Tee. Mach doch mal jetzt. Alter. Kidding. Junge. Alter. Entzünde dich doch. Alter. Dieses Spiel will mich echt verarschen, oder? Warum, 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 warum explodiert das jetzt? Also warum wer das nicht weiß? Hallo? Bleib mal bitte da unten. Irgendwas ist mit diesem TNT falsch gelaufen. Das verstehe ich nicht. Jetzt bleibst du aber hier. Der meinte jetzt nicht ernst, oder? Der hat mich gerade nicht mit dem Rückschussknüppel darunter geknüppelt, oder? Okay, jetzt reicht mir das. Jetzt habe ich genug gespielt. Also das Spiel will mir wohl sagen, spiel nicht mit ihm, sondern töte ihn. Habe ich jetzt, habe ich kapiert? Dank Spiel. Werde ich versuchen jetzt. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, weißt du? Ich hätte ihn so schön mit TNT in die Luft jagen können. Das Spiel sagt nein. Okay. Alles klar. Es hat mich einfach nicht machen lassen. Wieso exzudiert dieses Shit TNT denn nicht, ey? Ist ja wohl ein Witz. Wie, jetzt haben wir es so Kills. Die gehen doch gar nicht in die Stats. So, pass auf. Ich weiß, dass er da sneakt. Alles klar. Dann bauen wir uns jetzt hinter ihm. Komm schon. Was? Am Arsch. Danke, ey. So. Mein Gott. Keinen Bock mehr gehabt. So, GG. Okay. War echt eine coole Runde am Ende noch. Also hat er noch... Ne, ich habe halt nicht... Ich habe halt mit ihm gespielt, ne? Ich habe jetzt nicht gut, Leute. Ja, ich habe nicht richtig gemacht. Ich hätte ein Eisenschwert und so gehabt. Ich hätte es auch alles zu Ende bringen können. Aber, das steht es um alle Vorteile. Join über premium.com.ad.net. Das werde ich gleich tun, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ach so. Also, vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welche Maps ihr sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.